Ja, und heute haben wir den Tag, wo es um die Webinaraufzeichnung geht, Befreiung von Fremdenergien. Ihr wisst, das ist ein heikles Thema, dazu gehörte Energieraub und andere Dinge. Und wir haben euch wieder zwei Links hier unten reingepackt. Der erste Link, da geht es darum, dass ihr euch ein bisschen über diese Aufzeichnung, über die Inhalte dieser Aufzeichnung schlau machen könnt, ob ihr die überhaupt haben wollt. Und der zweite Link ist die Teilnahme an unserer Aktion. Also ran an den Speck und ich freue mich, wenn du Gewinner wirst dieser Aktion. Tschüss.